Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Games Not Over. Heute möchte ich euch einmal den Catec USB 3.0 Hub vorstellen. Dieses Gerät sieht ungefähr so aus und es bietet drei USB 3.0 Ports. Und jetzt kommt das Besondere an diesem Gerät, es bietet dazu noch ein integriertes Kartenlesegerät. Ihr habt also mit diesem Hub die Möglichkeit SD-Karten, MicroSD-Karten und CF-Karten zu lesen. Damit bietet dieser Hub also die Möglichkeit ein sehr breites Spektrum an Speicherkarten einzulesen. Zum Äußerlichen des Produktes muss man sagen, dass es stilistisch sehr gut zu Apple-Produkten passt, da es dementsprechend designt ist. Es sieht sehr hochwertig aus, fühlt sich allerdings nicht so hochwertig an wie es aussieht. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, da es auf der technischen Seite keinen schlechteren Datendurchsatz über diesen Hub gibt, als bei einem direkten Anschluss eines USB-Sticks an den USB-Port des Mainboards. Auch gleichzeitige Übertragung, wenn ihr zum Beispiel zwei USB-Sticks an diesem Hub angeschlossen habt, kann dieses Gerät gut bewerkstelligen. Es gibt dabei keine großen Einbrüche im Vergleich zur Übertragung auf einen einzelnen USB-Stick. Es gibt nur minimale Einbrüche. Der Anschluss des Gerätes gestaltet sich auch relativ einfach. Es ist einfach per Plug & Play in den USB-Port eures Rechners einzustecken und sollte dann funktionieren. Einfach so. Die Stromversorgung bei diesem Hub kommt natürlich nicht von einem externen Netzteil. Das wird über USB mit versorgt, was allerdings auch das Aufladen von Tablets oder Geräten, die eine höhere Spannungsversorgung oder einen höheren Stromverbrauch haben, nicht möglich macht. Genauso ist ein gleichzeitiger Betrieb von zwei 2,5 Zoll Festplatten über diesen Hub schon grenzwertig. Dafür ist dieses Gerät natürlich sehr kompakt und bietet trotzdem sehr viele Steckplätze. Der einzige negative Punkt, den man diesem Gerät anmerken sollte, ist das sehr kurz geratene Kabel. Wenn ihr euren USB-Hub auf einem Tisch platzieren wollt, heißt der ist mal einen Meter hoch oder vielleicht auch einen Meter 50 oder ihr müsst längere Distanzen mit dem Hub überbrücken, dann ist das Kabel definitiv mit etwa 30 bis 40 Zentimetern zu kurz. Abschließend lässt sich also sagen, dass das Gerät keine großen Mängel aufweist und für einen Preis von 26 Euro und die dargebotene Leistung auch definitiv angemessen ist. Der USB-Hub bietet immerhin drei USB 3.0 Steckplätze und drei Steckplätze für SD-Speicherkarten. Günstiger würde man auch nicht davon kommen, wenn man ein USB-Hub und ein Kartenlesegerät einzeln kaufen würde. Insofern bin ich durch mit dieser Review. Habt ihr Fragen zum Produkt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr mehr Reviews sehen wollt, schaut euch auf dem Kanal um. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, sonst nicht. Und ich bin damit raus. Tschüss und bis zum nächsten Mal.